Moje Henning, folgende Sache. Guck dir die alte Schaluppe mal an, da ist ja nichts mehr drauf, was als Zahnbelag. Was gibst du mir für das Teil? 0,125 Er ist komplett verstrahlt. Der heute geplant ist folgender. Wir knacken in ein Auto. Skills. Da weißt du aber auch echt immer Bescheid, der Vini, oder? Hallöchen. Klar, da sehe ich mich. Da geh noch mal direkt undercover, ne? Bei 104 steht ein alter Bolthorn 86 Classic. Wo genau jetzt? Ach, ich muss jetzt da rein, oder was? Ab 8 nicht zu Hause. Also, die alte ist gerade unten am Meditieren. Vater ist weg. Ich geh rein. Das hab ich schon drauf, ne? Guck mal hier. Mit einem Mal. Okay. Leise. Das muss ganz leise sein. Die alt pinnt noch. So, da ist ja das Schmuckstück. Lecker. Können wir hier noch was klauen, kurz? Irgendwie? Ne? Schade. Nice. Ja gut. Diese Tür geht jetzt wie auf? Ah. Sehr schön, sehr schön. Also, gehen wir mal ran in den Speck. Mit Elektropick aufnudeln. Alter, das ist laut. Das hast du doch easy gehört. Die ist taub. Okay, dann gehen wir mal rein. Jetzt pass auf. Jetzt müssen wir interagieren mit dem Fahrzeug. Und zwar unterm Lenkrad. Da musst du... Ach Gott. Hä, woher soll ich jetzt wissen, was wie... Ähm... Okay. Ah. Es ist an. Warte. Du musst die scheiß Dinge... Fuck, die Frau kommt. Schluh! Go, 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 go. Äh. Hopp! Er geht nicht aufs Ding. Was war denn mit ihm los, Alter? Sieh taub, er blind. Jetzt gib mir ein paar. Guck. Guck in der. Noch ein Level. Ah ja, nice. Hat er schon wieder von meinem Erfolg erfahren, der alte Gauner, ne? Now you're ready for the real deal. You keep this up and you'll be a debt-free man. We left the box by your gate. Öh. Kiste für Richie. R204. Bist du was? Bist du hinter der Mauer? Go to Richie R204 and stick it in his bedroom drawer. Im Schlafzimmer. Aua. Da bin ich natürlich am Start, ne? Äh. Wo ist jetzt das Auto, das ich geklaut hab? Äh. Ah, da steht's. Alter, was drin? Auto zerlegen. Guck mal. Äh. Da haben wir einen dicken Fang gemacht, würde ich sagen, ne? Weißt du was? Guck mal, ein Auto hat Räder, die kannst du abmachen. So, Bremssattel wird entsorgt. Wir verwerfen wieder, hallo? Leute, pass auf. Das Ding lassen wir hier mal auf der Bühne. Das mache ich später fertig. Aber jetzt will ich kurz die zwei Rammelhasen da ein bisschen abfilmen, ne? Und die haben direkt neben mir im Haus einen öffentlichen Parkplatz. Ja, nice. Leute, wie sieht's bei euch aus? Kann man hier einfach einbrechen oder seid ihr eher so ein bisschen ängstlich? Wir gucken uns die Schose erstmal an. So, kurz pennen gehen. Frisch an Zwerg. Aha, aha. Sehr schön. Die sind also ab zwölf nicht zu Hause. Das ist meine Chance. Ach, sogar mit dem Auto die dritten. Was? Oh, da kommt jemand. Die haben halt keine gescheiten Mauern. Was ist denn das für ein Dreck? Mein Garten hat Steinmauern. Zwei Meter hoch. Nicht so, du Rotz, wie hier? Wie kommen wir hier rein? Das ist schon mal nicht... Ach, du Scheiße. Was? Kamera? Alter, das ist ja ultra-at-wands, die Boys hier. Ich renne jetzt nur davon. Ich fahre nicht weg. Ich gehe in den Mülleimer. Alter, da ist ja keine Mülltonne, der mich verstecken kann. Stopp right there. Oh, oh. Na also. Wo ist diese scheiß Kamera hier? Da oben, guckst du dir an. Ich möchte die mal eben. So ein Popel-Zaun haben und eine Kamera. Oh, da schatten die Leute. Die legen einen ehrlichen Dieb rein. Mit so einem Scheiß. So. Muss mich kurz verstecken. Da draußen sind Leute. Okay. Direkt im Schlafzimmer. Nice. Cool bleiben, cool bleiben. Wollen wir die Kamera mal da hin? Hier? Also ich meine, ich klau das Headset und mach dann die Kamera hier rein. Hier so. Wow. Da wird sie sehr viel filmen können, ne? Klar, natürlich. Internet braucht er nicht mehr, danke. Äh, iMac. Meins. Komm, da gucken wir mal direkt, was noch so geht. Ah, oh. Sweet, sweet. Schuhe. Toll. Oh. Oh, Inventar ist voll. Dann sind wir soweit fertig. Schnell, schnell und auf nach Hause. Die Maske wächst mir in den Mund rein. Mini. Mächne kamplächt. Iyei. Nimm mich direkt die Abkürzung. Oh, oh. Du machst alles gut, du kennst das? Du bist ein verdammter Idiot. For the next job, go skill up on electronics for me. Habe ich zufällig am Start des Geepunktes? Zwei Stück. Wo sind die Electronics? Ist das hier Electronic? Aha, okay, boom. Ich kotze. Level 20. Finde ich brauche Jahrhunderte, bis ich Level 20 bin. I'm a hack. Yes, it is. Yo, crack. Eat my pig. 6400. Kann man sich eher weniger beschweren. Kann ich jetzt eigentlich einfach noch ein Auto klauen? Obwohl ich schon eins auf der Hebebühne habe? Na klar. Und wie das geht? Vielleicht renne ich einfach rein und versuche ganz schnell, nur noch Autos auszuhalten. Oh, oh, stopp. Meins, meins. Okay, da ist jetzt zwar eine Frau, klar. Aber. Oh, fuck. Ich will so schnell nach dem Auto gucken. Ah, ihr habt keins. Die haben also schon mal kein Auto. Okay, 104. Hab mich ja schon geklaut. Nur noch 105. Die. Oh, shit. Wachen gerade auf. Schnell hoch, schnell hoch. Ich will nur ganz kurz nach eurem Auto gucken. Okay. Dann nehme ich die Beine in die Hand. Fuck, kein Auto. Mir reicht's. Ich fahre jetzt direkt zu den Reichen in 101. Die haben wenigstens was. Da habt ihr was. Oh. Ah. Ich gehe mal ganz gemütlich rein. Mitten in der Nacht. Versteht sich natürlich. Dann schauen wir mal. Da ist die Garage. Die haben bestimmt einen Rolls Royce oder sowas. Rolls, Rolls. Und da greife ich aber nochmal zu. Nice. 24. Oh, ich bin der Profi. Also ich habe das noch nie so schnell bekommen wie gerade eben. Was hat denn der für ein scheiß Auto? Oh, nee. Das hat eine Alarmanlage oder was? Toll. Fahre ich es einfach trotzdem heim? Schnell? Geht es? Okay. Jetzt wird es interessant. Dann wird jetzt halt die Alarmanlage losgehen. Ich versuche es trotzdem. Fuck. Pass mal auf, was ich mit dem Armband mache. Das gar nicht aussieht wie ein Armband. Das ist doch ein Halsband. Also ich in der Halskette meint ich. Ich kenne mich mit sowas so völlig aus. Na. Dann nimmst du eine Nagelfeile. Machst du. Fertig. Ich habe hier ein echt krasses Angebot für dich, Ladenbesitzer. Boah. Rage like a bitch. Dann schauen wir einfach mal bei 201, ob die ein Auto haben. Oh fuck. Oh shit. Oh. Okay, das war sauknapp. Habt ihr noch so eine scheiß Kamera irgendwo? Habt ihr noch so eine Scheiß? Habt ihr noch so eine Scheiß?